Wir werden uns jetzt mal, huppala, wir werden uns jetzt mal um unsere anderen Sachen kümmern. Oh, mein Lager ist voll! Äh, was will ich, ich weiß nicht, was soll ich denn verkaufen hier? Also ich müsste jetzt 18 Biet verkaufen, ich muss sowas, wieso soll ich was verkaufen? Ich will das gar nicht, ich will gar keinen Notverkauf machen. Ich muss tatsächlich... Scheiße, echt. Was wäre er denn hier? Lagerhaus. Beziehung neutral. Bieten. Boah, jetzt müssen wir irgendwie Quatsch hier kaufen. Ich muss also was kaufen. Ich beeile mich, Boss. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. So, wir haben eigentlich schon wieder zu viel, wir haben schon wieder zu viel Zeug hier. Boss, ich hab ihn erwischt. Er hat seine Schulden bezahlt, ohne zu murren. Ich hab ihn nicht getötet, aber er wird bei Spaziergängen erstmal Probleme haben. Wie lange er mehr geht, desto mehr Leute werden ihn sehen, sag ich. Okay, wir haben Geld erhalten. Dem kleinen Dieb eine Lektion erteilt. Weiter, weiter. Wir müssen hier schneller werden. Die Beziehung ist immer noch neutral hier. Mein Gott. 40 Bier. Ja, ich kaufe jetzt erstmal ganz schnell was, aber... Schumpf ja auch noch da. Ich sollte ein eigenes Lagerhaut aufmachen. Was ist das denn hier? Wandbombe, Glücksspiel aufkaufen. Oh ja, Lager ist voll verkaufen. Schließen. Läppig. Machen wir mit, oder... Wir machen mal einmal, Lutz. Aber vielleicht hätte ich das Ding auch klar machen wollen, hier. So, Beziehung, es war, wir mieten was. Hier mieten wir auch. Wir müssen endlich diese anderen Schutzgeld-Erpresser finden. Das sah gerade aus. Der fährt kurz zurück und fährt wieder ran und fertig. So. Großartig. So, ich hab ein bisschen Geld verloren. Arbeit macht mich durstig. Ich warte, dass man ein bisschen andere da fertig ist. Der müsste es ja gleich nach... Ah, nee, das Spiel ist gestoppt. Ah. Jeder hat mal Glück im Leben. Nö, jetzt haben wir den Scheißer auch fertig hier. Wir haben Aufträge, diverse Aufträge, Geldaufträge. Tauscht 400 Saures gegen 1000 Dreckiges. Nö. Ich hab auch erst mal genug Schusswaffen. Kauf 30 Schnaps. Ich hab keinen Schnaps mehr, oder? Ja. So. Mach den Geschäft mal klar und tun. Und hier ist der andere Schutzgeld, der Professor. Gut, ich hab ja noch ein bisschen Kohle. Den kaufen wir auch. Beziehung muss mindestens warm sein. Okay. Druckerüberfall. Lass das mal den Arzt machen. Ja. Arzt macht das mal klar. Genau so wird's gemacht. So. Wir haben den Schnapsjob erledigt. Aber ich seh auch, ich sollte mich vielleicht mal in den Deputy oder so gestechen hier. Keine Pause für den Boss. So. Was sieht's denn hier aus? Upgrades. Kann ich hier noch was upgraden? Ne, hab ich auch schon gemacht. Hier ist nichts zu mieten. Gut, ich muss jetzt aber mal hier irgendwie in die Gänge kommen. Triff Mr. Wolf. Genau, das war ja auch noch einer unserer Aufträge hier. Diese Esel waren keine Gegner. Offensichtlich doch, denn irgendwas habt ihr mit dir gemacht. Ein Unfall auf dem Weg. Sie wussten, dass wir kommen und haben uns einen Hinterhalt gelegt. Wenn wir alle Penner erwischen, die wir uns beschießen, können wir den Job immer noch erledigen. Hm, hm, hm. Hätte ich mal Mr. Wolf vorher genommen. Müssen wir irgendwie zu dritt klar kommen. Mal schauen, wieviel das sind, würde mich jetzt auch mal interessieren, denn... Hm... Das sind doch relativ viele. Das Quicks ist ja auch noch verwundet, das ist natürlich scheiße, aber... Ich meine, der hat 90 Leben. Ich schieße mir einfach gleich mal über den Haufen hier. Bei dem Glück eine Wunde, jetzt ist er nochmal dran. Wahrscheinlich hätte ich mir das sparen können, denn wenn jetzt all die anderen dran sind, werden die die über den Haufen ballern. Wir sehen alle sechs Gegner. Er hat irgendwie einen eigenen Kollegen getroffen. So, Chomp ist dran, wird zurückgesetzt, so wie ich den nächsten hier wegballere. Klappmessergegner. Der hat noch richtig viel Leben eigentlich, dafür, dass er eigentlich tot sein sollte. 50%, 53%, 44%, gut, das wird immer ein bisschen weniger, 68%. Scheiße, das nervt mich. Wer fehlt? Ernsthaft jetzt, ja? Oh, der könnte mich unter Umständen jetzt gleich fertig machen. Würde zu 69% treffen. Ich glaube, wir müssten uns mal ein bisschen besser verstecken hier. Aber warte mal, ich kann ja heilen. Zu weit. Bandagiert. So, okay, ballern wir einfach irgendwo rein hier. So, ich muss beendet werden. Klappmessergegner, ich hoffe, der verblutet. Wir müssen jetzt auch langsam mal vorankommen hier. Wie sieht's aus, 2x? Okay, ich will keine AP verbrauchen. Die Moral ist ein bisschen runter. 70, 70. Und verfehlt, das ist natürlich scheiße. Jetzt können sie ihn so platt machen hier. Oh, der hat einen Schott oder so. Das war hart. Guck mal, wo er den hingeballert hat. Oh, jumpverreckt gleich. Sag deinem Schöpfer gegenüber zu treten. Wieso wurde das nicht zurückgesetzt hier? Ach, es wurde zurückgesetzt, aber ich kann's nicht benutzen. Und was ist der Unterschied? Was für ein Trottel? Jetzt muss ich das regeln. Oh, ich glaub, das wird echt schon ein bisschen heftiger hier. Ich brauch was zu trinken. Ich hätt mich einfach mal woanders hinten bewegen sollen. Echt jetzt. Das ist endgültig. So, einer ist weg. Gut, wir haben noch einen getroffen und einen ausgeschaltet. Sind aber immer noch vier übrig und das nervt. Denn vier machen viermal mehr Schaden. Alter Schwede, der mit seinem verkackten Schott, ey. Und der verreckt in der nächsten Runde. Ich muss also zusehen, dass ich jetzt noch ein paar plattmache hier. Okay, einen muss ich in eine Wunde verpassen. Wo ist denn der andere Typ? Da oben steht noch einer. 13% Scheiß drauf. Oder nix. 58, 50, 77. Aber der ist eh gleich tot. Also will ich mir ersparen. Wer fehlt? Du bist eine blöde Sau. Ich glaub, das wird nix hier. Ja. Hätte eventuell geholfen, aber ist ja zu spät. Ich glaub, das wird nix mehr. Mr. Schottgang-Kollege ballert ihn jetzt richtig über die Zwiebel. Genau. Hat leider nicht geklappt. Müssen wir also nochmal machen.